Corona-Virus-Online-Kongress. Heute habe ich einen lieben Bekannten, Peter Herrmann, interviewt über verschiedene Sachen, wie man sich vorbeugen kann, kurzfristig oder langfristig, und was man alles tun kann, um das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Lieber Peter, magst du kurz was dazu sagen, dass die Zuschauer in etwa wissen, was sie erwartet in dem Gespräch? Sehr gerne, Hubert. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und ich stelle mal die Frage, was haben Wasser, Yoga, Mikronährstoffe und die Nikolai-Kirche in Leipzig miteinander zu tun? Darum geht es unter anderem mit dem, was wir besprochen haben. Super spannend. Danke, lieber Peter. Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Jetzt auste ich dir in den Schwerke. kann ich mich darauf achet, ich komm her, Mikey mir sofortum gebêtet habe, der Leipzig oder testsoieren,